Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Castle Apart exklusiv für Nintendo Switch auf meinem Kanal. So, wir gehen direkt ins eingemachte Kapitel 3 Abschnitt 2. Sollten euch die Videos eigentlich gefallen, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben lassen. Lass dir einen Daumen nach unten da, ist auch nicht verkehrt. Dann aber bitte dazu schreiben, warum. Also ich möchte mich natürlich auch verbessern. Das wäre natürlich schön zu wissen, warum ist das schlecht oder warum mochtet ihr das nicht? Die Art, die ich geredet habe, wie ich gespielt habe, das ist für mich immer ganz wichtig. Dann kann ich da ein bisschen arbeiten. Wenn es euch auch gefällt, abonniert gerne. Jedes Abo wird mich befreuen. Das ist aber ein böses Viech hier. Fang den. Okay, da ist ein Haken. Da muss er nicht jeden Gegner töten. Das haben wir schon gemerkt. Da töten wir auch nicht jeden Gegner. Wo, ich dachte, was lag hier was? Hier ist eine Armbrust. So. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Da hände ich. Das hat mich überhaupt nicht gerechnet. Fuck, euer Flingsliegen. Okay, wir wissen, dass das Ding gleich wackelt. So, dann müssen wir ein Leben, müsste bald mal länger werden. Ich sammle die ganze Zeit diese blauen Dinger ein. Eigentlich müsste das bald mal wieder so weit sein. Da oben ist einer, wir können hier nochmal und dann klappt es nicht mehr lange. Okay, müssen wir schneller sein? Weißt du, dass wir das blaue Ding da oben haben? Das war doch nicht schlecht, oder? Oh! Blödsich! Hab ich schon mal gehabt, was? Das ist so schnell wie lange. Das ist so schnell wie lange. Oh! 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 Dann gehe ich nach oben, muss ich einfach raufen. Yes! jetzt machen wir die lebensleiste verlängern wichtig hat er in den tod gerutscht, hat er in den tod gerutscht oh oh, ist doch zu früh oh alter, das sind doch Sprungpassagen ab und zu so der braucht so lange, um irgendwas mal aufzuschauen oh hei hei, also ich renne auch einfach nur durch ne das ist schön auf die Leute raufzuspringen die Leute ok ok warte, dass ich könnte naja, immerhin und jump ok ich würde sagen, dieser Abschnitt ging einfach mal wahnsinnig schnell ähm, weil ich Übung habe, nein das macht er jetzt, nehmen wir gleich den nächsten Abschnitt dabei zu wirst ja ein bisschen langweilig für uns ne erreiche Checkpoints, um Energie wiederherzustellen genau das machen wir ok 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 wo sein Truhe ist Okay. Gehen wir mit. Die Speere finde ich auch ein bisschen cooler. Okay, das bringt sowas hin. Ich habe zwei Speere vergoldet, die ich nicht getroffen habe, weil das weit weg war. Ärgerlich. Nein! So. Ha! Das ist eine Truhe. Würde ich ganz gerne haben, die Truhe. Warte mal. Wir müssen es anders lösen. Oder so. Um rein der Truhe. Oder dass... Der hat sich nicht wirklich gelohnt. Das weiß ich beim nächsten Mal. Der stand so zudäglich an einer Klippe. Der hätte ich wahrscheinlich... Der hat sich nicht gelohnt. Oder hier ist der aus. Und? Der hoch kommt, das weiß ich nicht. Erst testen. warte mal immer steh ich habe ich hoff die ernährung scheiße ich kann mich auch schade Okay, gucken mal, wer alle hierher locken kann. Oh, da kommt ein Bruder. Ah, guck mal. Hallo. Na ja, der Blau sollte einsammeln, der Blau sollte einsammeln, das ist immer mehr die Läden da, sehr wichtig. Ah, ich wusste, dass da Abgrund ist, ich wusste, dass da Abgrund ist, ich wusste es. Alles trotzdem. Okay, ich bin jetzt nicht so cool. Ich bin jetzt nicht so cool. Ähm, zu gierig, ich wollte diese blödige Bienen haben. Dann lass mal weg den scheiß Rubin. Nein! Boah, Mann, das muss hier echt sehr präzise sein im Moment. Hier kleine Fehler führt das Verderben. Ach, Mann! Merkt! Das ist mir wirklich. Ich bin wirklich sauer dabei. Neckig. Oh, schon wieder da rein. 1 1 1 2 2 1 Alter, jetzt riechen sich die Latschen, oder? Ein bisschen. Die Bombe sollte man immer mitnehmen, das ist ja ja praktisch. Oh nein, ich war doch schon nach oben. Nein, ich weiß nicht, kommen wir doch mal. Mein Leben geht da so einfach weg. Okay, man kann doch nicht eingehen lassen, das merke ich auch gerade. Aber man kann es versuchen. Okay. 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 All right. Okay. Ja, das ist schon mal klar. aber ich habe ihn jetzt erwischt ich muss wahrscheinlich die stufe Das ist jetzt mal vom Fliegel. Okay, ich muss mal schneiden. Warte, ich würde mich mal schneiden. Nein! Warte, ich bin da. Ach so. Oh, hier ein altes Pferd. Sehr gut. Ah, guck mal. Ja. Ja. Oh, der ist echt schwer. Sieht gleich mal einfach an, alle abtoasten, sonst wird das nichts. Komm mal hier rüber. Ja, so. Ja. 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 Ja, das ist alles möglich. Ja, ich muss schneller gehen. Lass uns schneller gehen, weil wir leben, wir rast an mir vorbei, hier. Lass uns schneller gehen. Oh Mann, ey. Scheiße, ich gebe mir wirklich nur noch ein Sackchen. Oh Mann, ey. Okay, ein monster tausendster Versuch. Ich werde immer wütender. Okay. 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 ... ... ... ... ... ... ... So, jetzt verbrennt er eben. Heieiei. Das haben wir jetzt auch ganz schön lang gedauert. Oh, da brauchen wir nicht mitgenommen. Warte mal, den nehmen wir noch rum oder schnell. Den haben wir ja noch. Und auf den, super. Ich halte die Hälfte viel zu viel auf. Ich war nicht durch. Oh, das war nicht. ich weiß aber ist ich weiß ich weiß das ist ich weiß das ist gut Scheiße. Oh man. Manche da hier. Ich hoffe nicht. Was ist das? 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 Was ist das?